Die Türen deines Kia über die Kia Connect App öffnen und verriegeln? Kein Problem mit der Tür-Fair- und Entriegelungsfunktion. Klicke dazu auf das Schlosssymbol auf dem Startbildschirm, gib die Kia Connect Pin ein und die Türen werden automatisch verriegelt. Im Anschluss erhältst du eine Bestätigung. Klickst du auf Entriegeln, öffnen sich die Türen sofort. Auch hier erhältst du eine direkte Bestätigung über die App. Schnelles Entriegeln, wenn der Smart Key nicht zur Hand ist? Kein Problem mit der Tür-Fair- und Entriegelungsfunktion.